Meine Beine sind zu dick für Skinny Jeans. So ein Daunenmantel ist viel zu voluminös für meine Figur. Wir Curvy-Mädels können keine Kleider tragen. Meine Waden sind zu dick für schöne Stiefel. Wo wir wirklich nicht reinpassen, sind die Schubladen, in die wir gesteckt werden. Wir können alles tragen. Finde jetzt deine Lieblingsstyles auf Shigo.de oder an der Shigo App.